Der Raspberry Pi Imager ist in einer neuen Version 1.8 erschienen. Hier wurden ein paar Dinge verbessert, die wir uns in diesem Video genauer anschauen werden. Und damit herzlich willkommen zu uLabs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Den Imager gibt es nun seit ein paar Jahren. Wahrscheinlich kennen ihn viele von euch, ich habe ihn auch schon in mehreren Beiträgen erwähnt. Er ist die offizielle Software, um ein Betriebssystem auf die Speicherkarte zu überspielen und macht das Ganze besonders einsteigerfreundlich, weil man sich eben die Dateien nicht selber von der Homepage runterladen und vielleicht noch entpacken muss, sondern sich auswählt, welches Betriebssystem möchte ich haben und das wird dann heruntergeladen sowie auf die Speicherkarte überspielt. Zu den wohl umfangreichsten Änderungen gehört eine Änderung von den Knöpfen hier. Der erste Knopf, der war bisher immer beschriftet mit OS auswählen. Da hat man dann hier, das ist jetzt der hier geworden, hat man geguckt, welches Betriebssystem möchte ich haben. Soll es das offizielle Raspberry Pi OS sein oder ein anderes und wenn ja, auch welche Editionen? Da gibt es ja mittlerweile einige verschiedene. Stattdessen wird im ersten nun das Gerät ausgewählt. Wir gucken mal rein. Da habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, was für einen Raspberry Pi habe ich. Teilweise auch ein bisschen gruppiert, zum Beispiel hier die Raspberry Pi 3 Modell. Da gab es ja mehrere davon. Die sind hier gebündelt und auch beim Zero gab es ja auch verschiedene. Die kann man hier auswählen. Warum das Ganze? Ich habe es in anderen Videos ja schon erwähnt gehabt, dass bestimmte Betriebssysteme nicht mehr mit allen PiS kompatibel sind. Zum Beispiel unterstützt der Raspberry Pi 5 nur das neueste Raspberry Pi OS 12 Bookworm erscheint hier auch in der Liste. Wir haben hier kein Bullseye mehr, also kein Raspberry Pi OS Legacy. Anders sieht es aus, wenn ich jetzt den Vorgänger Raspberry Pi 4 auswähle, dann bekomme ich hier auch noch den Vorgänger vom Betriebssystem, also Version 11 Bullseye angezeigt, denn die ist mit dem 4er noch kompatibel, aber eben nicht mit dem 5er. Das soll es vor allem für Anfänger leichter machen, dass die eben hier keine Betriebssysteme angezeigt bekommen, die gar nicht kompatibel sind oder die vielleicht auch bekannte Probleme haben, weswegen man von denen abrät. Was im direkten Vergleich auch noch auffällt, ist eher eine optische Geschichte. Zuvor war das Logo hier in der Mitte und drunter der Raspberry Pi Schriftzug. Das hat zusammen ein bisschen mehr Platz gebraucht. Jetzt hat man es hier kompakter gemacht. Auch an anderen Stellen ist das der Fall, habe ich so am Rande schon mal erwähnt. Die Voreinstellungen sind nun auch deutlich mehr im Fokus. Schon mit Version 1.7 werden die ja hier unten angezeigt. Und zwar, sobald man hier das Betriebssystem auswählt, erscheint rechts unten ein Zahnrad. Wenn man da draufklickt, dann kommt man in die erweiterten Optionen, wo man bestimmte Sachen voreinstellen kann. Zum Beispiel ein Benutzername setzen, SSH aktivieren und andere nützliche Sachen. Auch das WLAN kann man schon vorab konfigurieren, damit eben der Pi beim ersten Start direkt sich dorthin verbindet, ohne dass man hier von Hand noch was konfigurieren muss. In Version 1.8 ist das ein bisschen anders. Wenn ich jetzt mal das Raspberry Pi OS Bookworm auswähle, ist hier dieser Knopf verschwunden. Ich muss jetzt hier noch die SD-Karte auswählen. Jetzt wird Next verfügbar und wenn ich da draufklicke, dann kommt extra nochmal ein Dialog, der mir hier die Wahl lässt. Möchte ich meine Einstellungen bearbeiten, weil ich es schon mal ausgeführt habe, dann zeigt er mir hier, was ich eingestellt habe. Ich kann das noch anpassen und könnte hier aber auch sagen, nein, was ich schon drin habe, bitte löschen. Oder aber auch sagen, ich möchte zwar die Einstellungen da drin behalten, aber sie für diesen Flash, also für diesen Vorgang nicht anwenden. Also im Grunde alle Wahlmöglichkeiten, die ich damit habe, wenn das Ganze zum ersten Mal startet, ist natürlich zum Beispiel das Löschen oder das einfache Ja ausgegraut, weil ja noch nichts gespeichert ist. Kann man sich darüber streiten, ob das notwendig ist? Ich fand es in Version 1.7 sehr gut, dass man dieses Zahnrad eingebaut hat. Bis dahin war das ja ein Insider, den ich auch gelegentlich mal erwähnt habe, dass man mit STRG, SHIFT und X diesen Einstellungsdialog öffnen konnte. In der Oberfläche war der bis dahin überhaupt nirgendwo eingebaut und nirgendwo ersichtlich, dass man das machen kann, wenn man das nicht wusste. Ich denke mal, für Einsteiger wird das auch eine gute Möglichkeit sein, dass sie eben hier noch die Möglichkeit haben, darauf aufmerksam zu werden und sich das mal anzugucken. Gehen wir direkt mal rein. Ihr habt es vielleicht eben schon kurz gemerkt, hier haben sich auch ein paar Sachen verändert. Bisher war das eine lange Liste, wo man scrollen musste, weil mittlerweile doch einige Sachen hier eingebaut wurden, die man vorab einstellen kann. Um das übersichtlicher zu gestalten, gibt es nun verschiedene Reiter, einmal Allgemein, dann Dienste, wo ich hier auch SSH aktivieren kann. Und hier sieht man schon die zweite Neuerung, dieses Textfeld für den SSH-Schlüssel. Das ist nicht mehr einzeilig. Das sieht zwar am Anfang so aus, aber sobald ihr hier eben was Längeres eingebt, dann wird das automatisch auf mehrere Zeilen erweitert. Und so kann man eben bei längeren Schlüsseln, gerade die älteren RSA-Schlüssel sind relativ lang, kann man den kompletten Schlüssel hier sehen, ohne da eben in dem kleinen Textfeld scrollen zu müssen oder sich das irgendwo anders hin zu kopieren. In den Optionen, da sind die Einstellungen hingewandert, die vorher ganz unten waren, also das Tonsignal, ob man die Medien auswerfen, also unmounten möchte, plus eben die Telemetrie. Wenn man da nicht möchte, dass der Statistiken sammelt, kann man den Haken hier auch rausnehmen. Sobald ich mich hier dann für eine Option entscheide, beginnt das Überspielen auf die Speicherkarte, zum Beispiel ja, damit er die übernimmt. Natürlich nochmal die Nachfrage, ob ich mir sicher bin, dass das die richtige ist, bestätige ich. Und jetzt wird das Ganze auf die Karte geflasht und bei Bedarf auch vorher heruntergeladen. Das ist jetzt nicht notwendig, weil ich das beim letzten Durchlauf schon gemacht habe. Die werden ja zwischengespeichert. Eine kleine, aber durchaus praktische Verbesserung ist der Fortschritt beim Entpacken von XZ-Archiven. Der ist nun etwas genauer geworden. Eine weitere Neuerung ist nach wie vor unsichtbar, wenn man sie nicht kennt. Man kann per Drag & Drop Archive oder Imagedateien auf dem Imager ablegen und dann werden die geflasht. Die Möglichkeit an sich ist nicht ganz neu. Man kann bei Betriebssystemen hier einmal ganz runter scrollen und hier auch eigenes Image auswählen. Dann flasht er das, was man da auswählt und von Hand runtergeladen hat. Neu ist aber die Möglichkeit, dass man die jetzt einfach mit der Maus hier auf das Programmfenster ziehen kann, statt eben hier die über diese Option mit dem Pfad auswählen zu müssen. Die neue Version erhaltet ihr entweder über die Paketverwaltung eurer Distribution oder per händischem Download auf der offiziellen Webseite. Die Snaps hinken gerade noch etwas hinterher. Ich bekomme da die 1.75, obwohl jetzt die 1.8 seit etwa zwei Wochen draußen ist. Hier gibt es aber je nach Distribution verschiedene Alternativen unter Manjaro Arch zum Beispiel das Arch User Repository. Eine Kleinigkeit vermisse ich und zwar eine Einstellungsmöglichkeit für den Standardbrowser in dem neuen Raspberry Pi OS 12 Bullseye. Ich habe dazu schon mal einen Beitrag gemacht und dort gezeigt, dass es jetzt eben einen Assistenten gibt, der euch beim ersten Start fragt, welchen Browser möchtet ihr, also Chromium oder jetzt den neuen Firefox. Und die dritte Möglichkeit ist hier eben noch, ich kann den nicht gewählten deinstallieren lassen, sprich, wenn ich jetzt mich für Firefox entscheide, kann ich eben damit sagen, soll der Chromium deinstalliert werden oder sollen beide auf dem System bleiben. Dafür gibt es derzeit keine Voreinstellung. Man müsste hier also gegebenenfalls das Ganze mit zum Beispiel Update Alternatives von Hand setzen und auf Wunsch die Pakete von dem anderen Browser, den man nicht möchte, mit apt oder apt-get entfernen. Es wäre wünschenswert, wenn man das auch mit dem Imager vorkonfigurieren könnte. Ich habe daher in dem GitHub Repository ein Ticket aufgemacht und da das Ganze beschrieben. Da sind wir gerade in der Diskussion, wie es damit aussieht. Bisher scheint es da noch keine Pläne zu geben. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Wenn du keine neuen Inhalte rund um Raspberry Pi, IT und Technik verpassen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Abgesehen von diesem Detail finde ich, der neue Imager 1.8 ist ein gelungener Feinschliff, der es Einsteiger noch einfacher macht, damit man hier eben nicht aus Versehen ein Image flashen tut, das am Ende gar nicht funktioniert. Das wird, denke ich, vor allem dann interessant, wenn eben die Pies, die neuen Pies, die Fünfer, mehr Verbreitung bekommen und dann da vielleicht jemand auf die Idee kommt, das gewohnte Raspberry Pi S11 zu flashen, was aber nicht kompatibel ist. Soweit dazu. Ich verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.